Berlin Toni leidet bei guten Zeiten, schlechten Zeiten, immer stärker unter Entzugserscheinungen und verliert vor Alicia vollkommen die Kontrolle. Die Polizistin ist seit einer Schussverletzung von Schmerzmitteln abhängig, die sie mittlerweile restlos aufgebraucht hat und der Oxycodon-Nachschub aus den USA lässt auf sich warten. Zwar gelingt es ihr gerade noch so. Sich irgendwie zusammenzureißen, doch als ihr heiß erwartetes Paket dann auch noch verschwindet, ist es mit der Selbstbeherrschung vorbei, wie der exklusive vierte Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Toni hat die WG kurzzeitig verlassen, um Werkzeug bei Paul abzuholen. Dass sie dabei ausgerechnet Erik in die Arme läuft, hebt ihre Stimmung nicht gerade. Das ändert sich jedoch zunächst, als sie erfährt, dass ihre Sendung aus den USA eingetroffen ist. Und ist mein Paket angekommen? Fragt sie Alicia erwartungsfroh und ist erleichtert, als die mit einem Nicken reagiert. Endlich, wo ist es? Will Ninas Tochter voller Vorfreude auf die nächst Pille wissen. Toni leidet unter Entzugserscheinungen und verliert ihre Selbstbeherrschung, doch da liegt das Problem. Denn die Nichte von Tobias weiß nicht, wo die Sendung abgeblieben ist. Als der Paketbote kam, war ich gerade auf dem Klo und er hätt's beim Nachbarn abgegeben. Berichtet sie an Tunia. Bei wem? Will die sofort wissen, doch auch das weiß Alicia leider nicht. Denn auf der Benachrichtigung im Briefkasten ist lediglich vermerkt, dass es bei einem Nachbarn abgegeben wurde, aber nicht bei welchem. Toni verliert sichtlich genervt immer mehr die Geduld. Dir ist schon bewusst, wie viele Nachbarn wir hier haben? Macht sie ihre Mitbewohnerin auf die nächste Komplikation aufmerksam. Genau deshalb habe sie auf Tonis Rückkehr gewartet, damit die beiden gemeinsam auf die Suche gehen könnten, erklärt Alicia. Zu viel für Ahrens, die auf einmal vollkommen ausrastet. Ich helfe dir, zwei Stunden lang dein verschissenes Regal aufzubauen. Ich latsche zu Paul, hole den scheiß Akkuschrauber und du, du kriegst es nicht hin, in der Zwischenzeit die Tür aufzumachen, wenn es klingelt? Ja, wie dumm kann man eigentlich sein? Explodiert sie förmlich. Also, wenigstens. Ich bin froاث, hole den scheiß Akkuschrauber aus. sorrow den scheiß Akkuschrauber. Wie dumm jawab. Wie dumm. Und ti Office kl padre, gut. Wie dumm, wunderen Sie uns zus cognitive, beten sie nicht vertreten. Die Lust wegungen ist ebenfalls an